Hey Leute, was geht ab? Da bin ich wieder. Ich freue mich, dass ihr im Start seid. Ich wollte dir in diesem Video ein paar Inputs geben, ein paar Informationen geben, was so in der vergangenen Zeit so abgegangen ist. Ich habe in der letzten Zeit ein bisschen weniger Videos gemacht, also ich glaube das letzte war es ein, zwei Wochen her um den Dreh. Ich versuche das wieder hochzustocken, dass ich da mindestens eins die Woche hinkriege, tendenziell aber mehr. Ich weiß nicht, ich weiß auch manchmal gar nicht, worüber ich noch so alles erzählen soll, aber irgendwie fällt mir dann doch immer wieder was ein. Wenn ihr welche Fragen habt oder Ideen habt, gerne in die Comments schreiben. Und mich informieren, ich versuche da was auf die Beine zu kriegen und auf die Beine zu stellen. Ansonsten, ja ein paar Infos und zwar ich freue mich weiterhin über Daumen hoch, Subscribes, also Abonnenten und so weiter. Ich bin jetzt mittlerweile bei 180, 182. Ist echt cool, freue ich mich total drüber und ansonsten ein paar Infos zur WhatsApp Gruppe. Und zwar haben mich einige kontaktiert nach dem letzten Aufruf in dem Video. Ich mache den Aufruf deswegen nochmal, also wenn ihr Bock habt, kommt in die Gruppe rein. Wir sind aktuell 40 Leute in der Gruppe und es ist auch, ja, es ist noch nicht so, dass sie überfüllt ist. Man kennt sich noch untereinander und ich denke mal so, in der WhatsApp Gruppe wird so der Kern ein bisschen so übrig bleiben, die auch wirklich Bock haben, da am Start zu sein. Wie gesagt, wir sind 40 Leute am Tag zwischen 50 oder ab 50 Nachrichten, manchmal auch 200. Aber das ist eher noch aktuell seltener Fall, aber es sind schon coole Leute am Start, interessante Leute am Start und einfach ist eine kleine, coole Gemeinschaft. So der harte Kern vielleicht, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ziemlich nice. Und ja, da habe ich mir einfach folgendes gedacht und zwar kam mir die Idee, dass ich immer einfach so ein bisschen die WhatsApp Community nach außen trage, jetzt an den YouTube Channel. Und ich habe mal alle aufgefordert, Top 5 Videos, Top 5 Fotos zu posten und habe aus dem ganzen Material, was ich dann habe, aber alles in WhatsApp Qualität, halt ein Video gebastelt. Das ist jetzt glaube ich sieben Minuten lang geworden, vielleicht für einige zu lang, aber entscheidet einfach selbst. Das Video hänge ich jetzt hier direkt an, dass ihr ein bisschen Einblick kriegt, was in der WhatsApp Gruppe abgeht, was wir für Leute drin haben. Und irgendwie habe ich so das Ziel, die N52, N53 Community aufzubauen, zu pushen und das mal weiter zu spinnen, das Ganze. Und ja, weiß ich nicht, ich finde es einfach eine coole Gemeinschaft. Ich finde halt die Motor geil, das ist eine Faszination der 6 Zylinder, der letzte reine Sauger 6 Zylinder von BMW, den es gab und gibt. Alles andere ist ja jetzt Turbo und 4 und 3 Zylinder und sowas. Ja, ein bisschen Traditionsbruch. Deswegen, also seid weiterhin am Start. Ich freue mich, dass ihr alle am Start seid. Ich überhole mich, aber egal, seid ihr am Start. Kommt in die WhatsApp Gruppe, wenn ihr Bock habt, schreibt mich an über Instagram. Am besten über die private Nachricht oder geht in die Facebook Gruppe und fragt dann, ob sich, ob dich jemand in die Gruppe adden kann. Dann nehme ich mir auch mit dir Kontakt drauf über Facebook. Es gibt auf jeden Fall genug Wege, da irgendwie reinzukommen. Ist auf jeden Fall echt easy. Macht Spaß und coole Leute am Start und viel Spaß mit dem folgenden Video und bleibt weiterhin so crazy. Also, peace. 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 Das war's für heute. Guten Morgen! Guten Morgen! Guten Morgen! Boah, Alter, bist du wach jetzt? Moment, Moment, der Ausdruck ist beschleunig eingetragen. Einmal ein bisschen Gas geben. Ich muss den Sound hören, ob der eingetragen ist. Boah, Alter, bist du von oben? Ich bin hier rechts. Bist du aus, Alter. Woa, Alter, bist du? Hör, Alter, bist du, Alter. Ja, ich habe ihn nicht. Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.